Es ist Zeit, die Dreiecksungleichung für komplexe Zahlen zu beweisen, seien Z, W zwei komplexe Zahlen. Dann gilt, die Norm von der Summe dieser komplexen Zahlen kann nach oben abgeschätzt werden durch die Norm der komplexen Zahl Z addiert mit der Norm der komplexen Zahl W. Beweis, ich betrachte zunächst diese Summe als eine komplexe Zahl, deshalb die Klammer, und schaue mir davon die Norm zum Quadrat an. Dann kann ich aufgrund einer Eigenschaft der Norm, die ich bereits im externen Video bewiesen habe, schreiben, das ist Z addiert mit W multipliziert mit Z addiert mit W konjungiert. So, an der Stelle verwende ich eine weitere Eigenschaft der Norm, nämlich Z addiert mit W und für diesen Faktor kann ich ja schreiben unter Bezugnahme auf die Eigenschaft, das ist Z konjungiert addiert mit W konjungiert. An der Stelle verwende ich das Distributivgesetz in C mehrmals und dann kann ich schreiben, das ist Z mal Z konjungiert addiert mit Z mal W konjungiert addiert mit W mal Z konjungiert addiert mit W mal W konjungiert. Jetzt beziehe ich mich auf das Kommutativgesetz in C bezüglich der Multiplikation. Ich schreibe dieses Produkt um. Das ist nichts anderes als W konjungiert mal Z. Den Rest schreibe ich zunächst ab. Jetzt verwende ich eine Eigenschaft der Norm, nämlich Z mal Z konjungiert ist die Norm von dieser komplexen Zahl zum Quadrat. Hier schreibe ich zunächst ab. Ja, und hier kann ich dann schreiben, W mal W konjungiert ist die Norm von der komplexen Zahl W zum Quadrat. An der Stelle verwende ich eine Eigenschaft der Konjungation, nämlich ich kann schreiben, W konjungiert mal Z ist nichts anderes als W konjungiert mal Z konjungiert konjungiert. Ja, weil diese Operation liefert mir ja gerade wieder diese komplexe Zahl Z. Addiert mit W mal Z konjungiert plus die Norm von W zum Quadrat. So, an der Stelle verwende ich wieder eine Eigenschaft der Norm, nämlich hier. Das ist nichts anderes als W mal Z konjungiert und insgesamt das Produkt hier konjungiert. Ja, denn, ich kann es mal hier kurz hinschreiben, W mal Z konjungiert konjungiert ist ja aufgrund dieser Normeigenschaft nichts anderes als W konjungiert mal diese komplexe Zahl konjungiert. Aber die ist ja bereits komplex konjungiert, also steht hier W konjungiert mal Z. Ja, genau das, was hier steht. So, hier übernehme ich und jetzt bemerke ich, dass hier dieselbe komplexe Zahl steht wie hier. Aber das ist das komplex konjungierte von dieser komplexen Zahl. Ja, also kann ich hier schreiben, das ist nichts anderes als die Norm von der komplexen Zahl Z addiert mit, das sind ja die gleichen komplexen Zahlen, also zweimal der Realteil von dieser komplexen Zahl hier, addiert mit die Norm der komplexen Zahl W zum Quadrat. Nun gilt aber plötzlich eine Abschätzung. Das ist auf jeden Fall kleiner oder gleich der Norm von Z zum Quadrat plus zweimal, ja, die Norm von dieser Zahl. Ist klar, hier könnte 0 stehen, ja, dann muss ich natürlich die Gleichheit zulassen, aber hier kann natürlich auch was Negatives stehen, also kleiner 0 sein, ja. Aber aufgrund der Norm-Eigenschaft ist auf jeden Fall dieser Ausdruck größer als dieser, also gilt insgesamt auch strikt größer und insgesamt gilt strikt größer oder gleich dieser Seite der Ungleichung. Gut. Jetzt kann ich aber weiter nach oben abschätzen, nämlich ich nehme jetzt den Imaginärteil von dieser komplexen Zahl dazu. Also das hier ist auf jeden Fall größer oder gleich. Also ich, naja, die Norm von dieser komplexen Zahl zum Quadrat plus zweimal Wurzel über Realteil von dieser komplexen Zahl quadriert plus Imaginärteil von dieser komplexen Zahl quadriert, ja, addiert mit Norm von der komplexen Zahl W zum Quadrat. Also den hier einfach abschreiben. Also man sieht, strikt größer gilt auf jeden Fall dann, wenn der Imaginärteil von dieser komplexen Zahl hier ungleich 0 ist, ja. Insgesamt ist er immer positiv, ja. Also ist der, kann der Ausdruck natürlich auch größer sein als der hier, weil hier steht ja nur der Realteil. Wenn der Imaginärteil natürlich 0 ist, dann gilt Gleichheit. So, also ist diese Abschätzung auch plausibel. Und dann kann ich natürlich hier die Definition der Norm verwenden. Das ist ja nichts anderes als, ja, Norm von dieser Zahl zum Quadrat plus zweimal die Norm von dieser komplexen Zahl hier. So, jetzt verwende ich eine Eigenschaft für die Norm. Nämlich, das ist nichts anderes als Norm von dieser komplexen Zahl quadriert plus zweimal, ja, Norm von der komplexen Zahl W multipliziert mit der Norm von der komplexen Zahl Z konjungiert und addiert letztlich mit der Norm von der komplexen Zahl W zum Quadrat. Ja, also hier geht die Norm-Eigenschaft mit ein. Die Norm von dem Produkt zweier komplexer Zahlen ist, ja, das Produkt der Normen, ja. So. Jetzt bin ich aber hier insgesamt in den reellen Zahlen, ja. Das hier ist eine reelle Zahl aufgrund der Definition der Norm. Also kann ich hier auch mit dem Ausdruck so umgehen, als wenn ich in den reellen Zahlen wäre. Also ich kann hier den binomischen Leersatz anwenden. Das ist die Norm von dieser Zahl, addiert mit der Norm von dieser Zahl zum Quadrat. Daraus folgt jetzt, weil diese ganzen Gleichheiten ja gelten, und diese Abschätzungen auf der linken Seite der Abschätzung steht immer noch dieser Ausdruck, also gilt hier zunächst, die Norm von dieser komplexen Zahl hier zum Quadrat ist auf jeden Fall immer kleiner oder gleich dieser reellen Zahl hier zum Quadrat. Jetzt kann ich auch diese Klammern wieder weglassen. Jetzt bemerke ich, hier bin ich in den reellen Zahlen und hier bin ich in den reellen Zahlen. Daraus folgt, ich kann die Monotonie-Eigenschaft der Wurzelfunktion in R hier verwenden, um die Ungleichung weiter umzuformen. Das heißt, die Wurzel auf beiden Seiten der Ungleichung angewendet liefert dann z addiert mit w, davon die Norm kleiner oder gleich, der Norm der komplexen Zahl w addiert mit der Norm der komplexen Zahl w. QED.